Wieso geht es denn da vorne nicht weiter? Von David. Ja, wirklich. Was ist denn jetzt? Ne, guck mal da. Ja? Ne, da fahr ich nicht runter. Warum nicht? Ne. Wieso denn? Nein. Ja, ok, nein. Aber warum? Weshalb? Ja, weil da so ein Schild steht. Ach, weil da so ein Schild steht. Ja. Ich wäre vielleicht noch mal so fünf Meter weitergefahren. Hättest du wenigstens direkt am Schild angehalten, ne? Ja, der dich prüft. So eine Woche vor der Prüfung will ich ja, dass er schon mal sitzt, ne? Nachdem wir das schon 50 Mal geübt haben. Ja, aber ich bin da nicht reingefahren. Ja, tu mal nicht so genervt jetzt hier, ne? Ich bin da nicht reingefahren. Allein dieser Finger da auch wieder, ne? Denk dran, wenn du mit einem Finger auf andere zeigst, drei zeigen wir auf dich, ne? Hier, denk immer an die drei hier. So, wenn wir da nicht rein dürfen, was machen wir dann? Ja, dann gehen wir oben. Ja, ok. Dann mach doch. Wirst du das Auto jetzt rückwärts raus schieben, oder? Ne, vielleicht fahren? Achso, das ist ja in Ordnung. Alles klar. Wie bitte? Also du kannst dich auch gerne mal umdrehen sonst, ne? Das hast du schon genau gehört. Oh, hervorragend. Das hängt ja eigentlich für ein bisschen das blaues Tier in deine Hackscheibe. Das ist ein, äh, das ist der HSV-Dino. Das ist der Herrmann. Ja, damit die... Jetzt müssen ja auch alle wissen, was gemeint ist, ne? Fahr ich jetzt hier schon rückwärts auf den Hackscheibe? Ja, kannst du ja machen, ne? Am besten wäre natürlich rückwärts rechts, aber dafür müsstest du noch weiter zurückfahren, das ist natürlich scheiße, ne? So, wenn du da reingefahren wärst, siehst du das Klettergerüst da hinten, dann hättest du aber eine Aktion machen müssen, ne? Oh, pass auf! Ne, ist nix. Alter! Ja, wir können hingehen, ich kann klettern gehen. Ja? Ach, schade. Ja, nee, das muss ja irgendwie auch mal... Ne? So, okay. Ja, wo kann Schnee dich? Kannste rennen, ne? Kannste mal los jetzt hier. Vielleicht fahr ich auch einfach. Ja? Ja? So, kannst du natürlich auch machen, ne? So, alles frei, schickilacki. Hallo, wir hätten gern Eis, hallo! Ja, wo ist mein Eis? Ja, guck mal, jetzt hätte ich fast wieder was gesagt, aber das macht man nicht. So, okay, alles klar, links biegen wir ab.